110 Kilometer, 4.500 Höhenmeter. Unser Weg ist immer nach oben. Von der Ostseite Madeiras versuchen wir uns innerhalb von sechs Tagen bis zur Westseite der Insel durchzuschlagen. Steile Anstiege mit über 20 Kilogramm Gepäck. Alter! Schlechtes Wetter. Trocken halten von unseren Schlafsachen. Hat allerhöchste Priorität. Und gefährliche Trails. Tja! Aber auch strahlender Sonnenschein. Boah, das ist so herrlich. Wunderschöne Natur. Und atemberaubende Aussichten. Begleite uns bei unserer Reise über Madeira. D Bis zum nächsten Mal.